Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Word eigentlich ein Foto hier in den Lebenslauf richtig einfügen kann, ohne dass sich der Text hier links drüben verschieben wird. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst muss ich mal in mein Dokument klicken, am besten relativ nah, wo das Bild anschließend auch sein soll. Danach gehe ich hier oben in den Reiter Einfügen, klicke hier auf Bilder drauf und dann öffnet sich automatisch auch schon mein Explorer. Hier habe ich jetzt mein Bewerbungsbild drin, dieses bekommst du normalerweise vom Fotografen, entweder per USB-Stick bzw. per CD oder im Notfall kannst du es auch einscannen, danach einfach mal auf dieses Bild draufklicken und hier unten mit Einfügen noch bestätigen. Wir können sehen, das Bild hier wurde jetzt in der originalen Größe eingefügt, um das Ganze mal etwas kleiner zu machen. Hier einfach in eine Ecke mal mit der linken Maustaste reinklicken, gedrückt halten und dann so quer nach oben ziehen und dadurch wird das Bild jetzt nämlich auch schon kleiner. Wir können jetzt jedoch auch sehen, dass hier der Text natürlich noch überall verschoben ist, so wie es nicht sein sollte. Das liegt einfach daran, da Word jetzt hat dieses große Bild hier wie einen riesen Buchstaben behandelt und somit alles andere noch verschoben wird. Wenn das Foto jetzt ausgewählt ist, dann öffnet sich hier oben der Reiter Bildformat und hier können wir bei Anordnen drüben einfach einmal auf Textumbruch draufklicken. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir das Bild vor den Text schieben und somit das Bild unabhängig von dem Text machen. Es geht übrigens auch, wenn man einfach auf das Bild draufklickt und hier oben rechts einmal auf dieses kleine Kästchen Layout-Optionen auch noch drauf geht. Und hier haben wir ebenfalls die Möglichkeit, das Ganze vor den Text zu stellen. Jetzt kann ich das Bewerbungsbild wieder mit der linken Maustaste gedrückt halten und somit auch irgendwie verschieben, wie ich möchte. Das Ganze ist ja vor dem Text und natürlich anschließend auch noch von der Größe etwas anpassen oder hier oben irgendwelche anderen Effekte einfügen, beziehungsweise auch einem Bildrahmen. Wichtig hierbei ist nur, man sollte es auf gar keinen Fall übertreiben. Somit sind wir auch schon fertig und mich würde jetzt einfach noch interessieren, für welche Bewerbung du den Lebenslauf benötigst. Egal, ob es das Praktikum ist, die Ausbildungsstelle oder für einen normalen Job, schreibe es mir gerne einfach mal unter dem Video in die Kommentare. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.